Hallo und willkommen zurück. Ja, wir sind gewarnt worden von einem Kerl oben in dem Bücherregal, der uns da komplett erschreckt hat. Hier unten sei ein ganz furchtbar böser Mann. Ach du liebe Gott. Nee, oder? Ach. Nein. Er wird sich wundern, wenn seine Radio-Mail mehr geht. Ey Leute, ernsthaft, was für eine Scheiße ist das denn? Das ist krank. Das ist krank. Willkommen daheim. Ich sehe schon wieder kommen, ich renne hier durch die Gänge wie ein Beklopter und hinter mir dann irgend so ein Freak. Och. Es wird immer dunkler. Das ist mir fast schon zu ruhig hier. Das ist... Oh Gott, Mensch. Langsam. Ernsthaft. Kann man hier... Kann man jetzt rein? Was hat er? Habe ich die Angst... Nein. Ich habe doch keine Angst gemacht. So eine kranke Scheiße. Och. Was denn füllen? Schnell mal neue Batterien rein, sonst geht das Ganze in die Hose. Ich meine, da ging schon was in die Hose, aber... Mensch. Kann man nicht irgendwie abbauen? Vielleicht hat er ja jetzt eine Tür. Vielleicht hat er ja... Och. Hallo. Hallo, pass auf. Wir einigen uns. Och. Neuroda ist vorbei. Tritt ihn. Naja, ist schon klar. War nicht seine Absicht. Achso, sieht das hier aus. Füllen. Ganz sauber ist da echt nicht. Kann ich hier hinten einfach langrennen? Wieso wusste ich denn, dass das wieder hier zu dem... Ah. Huff. Wo geht's hier raus? Hallo? Das ist doch alles super kranke Kacke. Jetzt bin ich schon wieder auf dem Glück. Ah. Welcome home. Ach, Mann. Geht das hier auch auf? Was ist Blödsinn? Zu? Irgendwie... Das ist schon unglaublich, ne, oder? An jeder Ecke irgendwie so ein... Oh, jetzt aber schnell hier. Ich will absperren nicht. Ich will absperren nicht. Das Spiel. Aha. Wegschieben. Der Letzte ist probiert, aber ich habe es nicht geschafft. Oh, ja. Und jetzt sehe ich auch warum. Leck mich doch. Wie, I want you. Frage mich da erst mal, ob ich gewandet will. Was denn? Nein, nö. Klar. Der TÜV, ne? Ach. Das ist krank. Was ist das? Was ist das? Kann, kann er, mach doch mal einen Sprung einfach und jetzt hier rein. Geh doch. Achso. Man hat gar keine Zeit hier, irgendwas. Wer ist denn hier vorher rumgehumpelt? Mit blutigen Beinen. Schatz. Das ist doch Müll, das ist doch Kacke. Das ist doch Scheiß mit Erdbeeren. So, jetzt alle Plätze ordentlich absuchen. Hier sind Schränke und die können nix. Ah. Okay. Kann man hier durch? So. Ja. Alle Versteckplätze. Okay. Wenn man nicht glücklich ist, ist niemand glücklich. Super. Kann man hier durchschlupfen. Ist komplett zu. Kann man drüber klettern. Da kommt er schon und hier geht nix. Hier geht nix. Hier rein? Das ist doch Müll. Der sagt's nur. Ich kann mich nicht verstehen. Hallo. Ich kann mich nicht. Ich kann mich nicht. Hallo. Was hätten wir uns nicht gewusst? Echt, ey. Hier geht's. Wo der uns hinschleift und wie das weitergeht. In der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.